Ja, heute habe ich wieder den nächsten Vergleich für euch mit den Nightbreaker Laser Next Gen Xenon Brennern von Osram. Und die treten heute an gegen die Vordänger, gegen die Nightbreaker Laser. Und wir gehen heute der Frage auf den Grund, gibt es hier wirklich einen Mehrwert, gibt es hier einen Unterschied zu sehen oder ist es vielleicht nur alles Marketing bla bla und in Wahrheit ist hier das gleiche Produkt drin. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein, das klären wir heute in diesem Vergleich. Wenn ihr euch für die technischen Daten, Details und Informationen interessiert, was die Nightbreaker Laser Next Gen angeht, darauf werde ich in diesem Video nicht mehr eingehen. Wenn ihr euch dafür interessiert und hier alle Informationen braucht, dann schaut gerne in dieses Video hinein. Da habe ich alles hineingepackt, was es zu den Nightbreaker Laser Next Gen Wissenswertes gibt, inklusive den technischen Daten und so weiter und so fort. Aber in diesem Video geht es um den direkten Vergleich zwischen den Nightbreaker Laser Next Gen und den Nightbreaker Laser. Ob es hier wirklich einen optischen, einen sichtbaren Unterschied gibt und auch das Luxmeter ist heute wieder im Einsatz, denn es gibt auch Messwerte in diesem Video. Und da schauen wir dann ganz genau hin, was ich hier an maximaler Helligkeit bei den beiden Produkten messen konnte und ob es auch hier einen messbaren Unterschied gibt oder ob es in Wirklichkeit dasselbe Produkt in einer neuen Verpackung ist. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Wenn ihr euch für die Nightbreaker Laser Next Gen oder auch den Nightbreaker Laser interessiert, dann schaut gerne unten in die Infobox hinein. Da habe ich euch sämtliche Produktlinks dazu eingepflegt. Und da könnt ihr euch dann nähere Informationen dazu einholen, wo es ihr herbekommt, was sie kosten und was es sonst noch alles Wissenswertes dazu gibt. Zum Punkt der Kostenfaktor, mittlerweile sind sie schon zu einem recht guten Kurs zu bekommen und aktuell ist auch noch Black Friday Week. Also schaut dazu gerne in den Produktlink rein. Möglicherweise gibt es da noch die eine oder andere Aktion und ihr könnt euch noch ein bisschen Geld sparen. Wissenswertes gibt es auch noch, denn bei beiden Produkten handelt es sich hierbei um nagelneue Xenobrenner, die ich von der Firma Osrand bekommen habe. Also die sind nicht gebraucht, die habe ich nagelneue bekommen und beide haben von mir eine Einbrennphase von 25 Stunden bekommen. Also hier sind wirklich alle Voraussetzungen gegeben für einen fairen Vergleich und darauf habe ich wirklich akribisch geachtet. Nicht, dass eben dann die Frage kommt, sind die einen gebraucht und die anderen neu. Nein, sie haben beide die exakte Betriebsdauer jetzt einmal im Brenner drin und das ist auch wichtig, eben diese Einbrennphase. Denn nur nach der Einbrennphase, Osram selbst gibt eine Einbrennphase, also eine Zeit der Einbrennphase von ca. 12 bis 15 Stunden an. Ich habe ihnen 25 Stunden gegeben, also deutlich mehr und eben wie gesagt, diese Einbrennphase ist wichtig, denn nur nach dieser Einbrennphase haben Xenobrenner die maximale Helligkeit und dann auch die Farbtemperatur, die sich der Hersteller vorgibt oder beziehungsweise die sich der Hersteller vorstellt. Und das ist eben wichtig, denn in den Xenobrennerkernen sind Salze und Metalle beinhaltet, die eben Einfluss auf das Licht haben, die die Xenobrenner dann abgeben und wie gesagt, dazu ist eben diese Einbrennphase notwendig, damit hier eben dann wirklich die maximale Performance bei den Xenobrennern dann gegeben ist. Also wie gesagt, 25 Stunden haben beide bei mir jetzt bekommen und das ist dann jetzt eben auch der direkte Vergleich. Und was kommt jetzt dann im Anschluss? Also wie gesagt, wir schauen uns jetzt einmal dann die Zündphase bei der Xenobrenner direkt am Scheinwerfer und auch gegen eine weiße Wand projiziert an, damit ihr euch auch hier mal die Unterschiede anschauen könnt, wenn es überhaupt welche gibt, wie sich eben hier dann das Licht innerhalb dieser Zündphase gestaltet, bis die Brenner dann ihre Betriebstemperatur bekommen haben. Dann geht es raus an den direkten Vergleich auf der Straße. Da fahre ich über meine Teststrecke, sage ich mal, über eine Landstraße in ein Ortsgebiet hinein mit verschiedenen Lichtverhältnissen, damit man sich auch hier einen realitätsnahen Eindruck verschaffen kann. Dann gibt es mein Fazit und da geht es dann auch um die Messwerte, denn da kommt dann das Luxmeter zum Einsatz. Aber eins nach dem anderen, jetzt geht es einmal an den Vergleich, da wünsche ich euch viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim Fazit noch dran bleibt. Und dann geht es dann auch um die Messwerte, denn da geht es dann auch um die Messwerte, und dann geht es dann auch um die Messwerte, denn da geht es dann auch um die Messwerte, Bis zum nächsten Mal. 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 Es geht geht. Bis zum nächsten Mal. 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 und würde mich, ich freuen, wenn ich freuen, wenn,